Wir haben einen feindlichen MG-Schützengesicht, der zu euch unterwegs ist. Halte die Augen auf. Ah, pass auf den Heli auf. Was für ein Heli. Ah, da kommen welche. Da, drinnen. Hier drinnen, links sind Schuppen. Warte. Boah, ich bin beinahe gestorben. Sieg, da, der Schützenpanzer ist da. Ah, schnell. Schnell, da könnt ihr mich nichts mehr anhaben. Piss dich, Mann. Oh. Meiner hat die Karre einen fetten Arsch. Da hinten. Boah, ist das Ding ungenau. Ja, Viper Power. Boah, holy shit. Wo kann das jetzt noch kommen? Warte, ich repariere. Schnell. Ah, die rennen alten alle rum. Mein Gott. Das Ding empfindlich. Boah, was? Kommt ihr das mal her? Jetzt ist ja kaputt. Nee. Javlin bestimmt. Ich hab ihr auch auch drinnen, zum Glück. Hoch. Und mit äußerster Vorsicht weiter vor. Rechts vor links. Und es geht schon wunderlos. Oh, was liegt denn? Wir haben das Einsatzziel verloren. Komm schon, wir holen Sie rein zurück. Over. Hier links, äh, rechts mein ich. Oh, ey Mann, zwackvoll rum. Och, ja, der ist runtergesprungen. Es wär jetzt peinlich gewesen, wenn der uns fertig gemacht hätte. Ich bin verdürdig. Boah. Verdammt. Och, Mann, es kommt schon wunder. Oh, schnell, reparier. Na, wie viele Schaden ist man macht? Hat noch 75 Life gehabt. Mit einem Schuss hat man nur noch 11. Einer kleinen Rakete. Hm. Da oben ist alles voll. Oh. Nein, die Rakete fliegt noch nicht. Mann, so flämen. Wo steht's? Vielleicht kommt der Javelin. Alter. Was soll das? Hä? Da hinten ist ein Sniper. Irgendwo. Oder irgendwas an. Daumen auf dem Dach, lol. Keine Chance, verrieg ich mich. Au. Hallo, was ist das? Doch, hab ich gerade getroffen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Fein. Alter, was ist das? Was? Na, dauernd werden wir hier getroffen. Da ist ein Panzer, feindlicher. Ah, getötet. Radgelenk, Rakete. Radgelenk. Ich glaube, der Panzer ist leer. Ja, schnell hin. Ne, ich habe sowieso gar nichts dafür. Oh, und? Indem du da dich nicht reinsetzt, kriegst du auch nichts dafür. Oh, ist die Wege, Spacken. Mami. Gucken alle in den Containern. Ich habe ja Umfeld scannend. Achte einfach auf die Karte. Oh, da, alles voll. Ich muss ja mal nachladen. Ah. Oh, der wollte. Oh, der hat mir eine Mine gelegt. Ja, ja. Ich habe einen Artikel geämpelt. Und schau. Weg. Was ist denn da drinne? Da oben. Da oben. Da hinten ist da noch ein Sniper. Da oben auf dem Dach. Die zielen alle zu uns. Markier die mal. Da oben auf der Halle. Wisst ihr euch mal? Ah, da rennt er noch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Null gleich BÄM. Ja, Mann, voll cool. Jetzt geht es endlich mal. Doug, auf. Doug, ab. Hallo. Ja, mein Feind, die Karte an eurem Eintag kaum gesichert. Hm. Komm, warte. Was ist denn weg? War da hinten einer? Ah, da hinten ist einer. Au. Viper Power. Nein, doch nicht. Der hier. Der passt. Nein, hier steht einer. Bleib stehen. Verdammt. Au. Ah, verdammt. Nein. Sport, mich voll erwischt. Loll, er hat es fertig gemacht. Ja, dahinter standen nämlich auch ein paar, äh, wie habe ich da gesagt? Soll es stehen bleiben, wenn ich den abkneiden kann. Ingenieure. Rrr. Zu E. Ach, nee. Was? Wo? Irgendwo aus dem hier Bisch raus. Wir müssen uns beeilen. Nein, verdammt. Mensch, wir unterstützen, Panzer hat wer anders. Nee, nur. Zu E. Bleib stehen. Bitte um Abholung. Wollen sollen. Schnell. Ja, und er stirbt nicht. Er hatte nur noch 4 HP und er ist nicht gestorben. Zu 10. Verteidigen. Loll, no Scope. Boah. Ich bin mit dem Ding. Hilfe. Ich will mich einer mit seiner scheiß MEV-Drohne töten. MEV. Das ist der Weg zu gehen. Ey, das ist nicht so. Wo die Pistole, Alter. Ich will mich. Ich will dir. Nicht. Verdammt, die nehmen D ein. Da ist auch unser Schützenpanzer. Ich will. Sollt sie messern. Oh, nee. Ah. Schnell. Ich bin ihr Anführer. Au. Ah, hin, hin, hin. Nee. Wo kommt denn das dran her? Hilfe. Ah. Ach, Mann. Weil er rausgezoomt hat. Oh, nee, ey. Diese kacktes Unterdrückung, ey. Oh. Wo ist der Schützenpanzer? Da müsste ich gleich spawnen. Warum nicht? Nee, da steht er ja schon. Nee, oder? Welcher Blut? Ach, wir haben alles. Was? Der Amphibienpanzer ist... Das ist ein Amphibienpanzer? Natürlich. So, weiß ich auch nicht. Ja, jetzt ist es meine Ausgissen, das rauszudeppen. So, auch verdammt langsam. Ah, rückwärtsgang. Fehlora. Warum habe ich jetzt gerade so einen Schaden bekommen? Ich glaube, ich auch gerade. Ja, aber jetzt soll er in der Scheiß sitzen. Endlich raus. Wow. Hey, warte mal. Wir fahren an der Front. Gib ja, sie ist da. Mann, ja, ich geb doch schon Gas. Ja, Mann, ihr habt's frische Jungs. Feuer, da ist allen Rohren. Da hinten war einer. Fuck, hier steht ein Suflam. Null. Ich muss mal den V-Tippen. Kommt ein Spacken mit C4. Oh, links. Ich bin rechts drin. Ah, du kannst jetzt auf dem Schützenplatz. F2. Okay, da hinten ist ein Sniper. Wohl. Ah, wir sind hier. Boah, wie es hier aussieht. Mensch, wieso wurde ich jetzt wieder zurückgesetzt? Ah, eh. Ah, IH auch. Ich glaube, wir hätten drinne sein sollen in dem IA auch.